Armin Laschet von der CDU, der ist ja jetzt wohl der Bundesvorsitzende, redet irgendwie was davon, als ob er irgendwie interessiert wäre an Ideen aus der Gesellschaft, für Lösungen und so weiter. Aber irgendwie zeigt sich, dass er am Ende vielleicht doch nur meint, Ideen aus der eigenen Partei und vor allem ist nichts angegeben, wo man Kontakt aufnehmen könnte, wo es so etwas wie eine neue Reformideen- Ansprechstelle geben könnte. Also das ist alles, das ist typisch. Ich hatte gestern auch, war an einem Talk dabei, wo mir auch nur das Wort Sekte wieder einfiel. Also alles sektiererisch. Die CDU will eigentlich auch von der Gesellschaft gar nicht wissen, was es an neuen Reformideen gibt, hat keine Ansprechstelle. Da ist eine Organisation, die auch irgendwie zumindest verbal und mit Worten als Lippenbekenntnis die Weltrettung auf ihre Karten, auf ihre Fahnen geschrieben hat, aber gleichzeitig auch mit dieser typisch sektiererischen nicht Offenheit. Was interessieren mich die Argumente anderer? Ja, und dazu muss man vielleicht auch nochmal sagen, was ist eigentlich Wissenschaft und Journalismus? Im positiven Sinne. Erst einmal, Wissenschaft und Journalismus sind sehr ähnlich, weil es darum geht, Bericht zu erstatten aus allen Winkeln der Welt. Das kann auch das Kleinste sein und das Größte und aus allen Teilen des Universums im Prinzip Bericht zu erstatten. Aber man muss sich immer klar sein, alle diese Berichte können auch falsch sein. Also von daher sollte man jegliche Ehrfurcht vor Wissenschaft verlieren, weil Wissenschaft kann auch, wenn die positiven Anreize fehlen, wie heißt unsere Grundformel? Gesellschaft kann grundsätzlich niemals und nicht funktionieren ohne starke positive Anreize. Und diesen Baufehler haben wir im System ja seit 400.000 Jahren. Und da es bei der Wissenschaft auch keine Belohnung dafür gibt, wenn ich Wahrheiten berichte, die den Wählern nutzen, dann kriege ich nichts dafür. Ich kriege aber vielleicht was in der Wissenschaft dafür, wenn ich Unwahrheiten Berichte, also Falschberichte mache und kriege dafür vielleicht von Konzernen Belohnung dafür, weil die Profite machen können aufgrund dieser unwahren Berichte. Ähnlich auch beim Journalismus. Also sozusagen, wenn ich als Journalist der gleichen Meinung bin wie meine Werbekunden, dann bringe ich quasi unwahre Berichte, ohne mir dessen zu bewusst zu sein. Ich nehme, ich habe einfach die gleiche unwahre Sichtweise wie zum Beispiel ein Zuckerkonzern und mache dann, sage, ja Zucker ist ein wertvolles Lebensmittel. Nein, Zucker ist nicht schädlich, Tabak ist auch nicht schädlich und so weiter. Und ich mache also unwahre Berichte und werde dadurch belohnt, dass die Werbekunden weiterhin kräftig Werbespots schalten, von denen ich teilweise oder vollständig mein Gehalt beziehe. Ja, das heißt also, solange wir keine positiven Anreize haben überall, nach dem Motto, Gesellschaft kann nicht und niemals funktionieren ohne starke positive Anreize, müssen wir davon ausgehen, dass Wissenschaft und Journalismus, Pseudowissenschaft und Pseudojournalismus überwiegend sein dürften und dass wahrscheinlich alle Berichte falsch sind. Aber es gibt eben immer wieder doch auch relativ wahre Berichte, weil es eben auch ein paar Leute gibt. Denken Sie nur an Copernicus, Kepler, Galilei, Newton, Mendel, Wallace, Darwin und Weltrat und Next Scientists for Future. Viel mehr fällt mir da nicht ein. Aber das sind doch Instanzen, die Wahrheit bringen. Und ich habe zum Beispiel Professor Richard Dawkins habe ich 30 Jahre studiert, seine Bücher und alles im Detail, der als der weltwichtigste Denker bezeichnet wurde. Ja, zu Recht, weil er derjenige war, der in der Wissenschaft zum ersten Mal die Frage indirekt aufgeworfen hat, am Beispiel des Rechtsanwalt Unwesens sozusagen die Frage aufgeworfen hat, könnte es nicht oder in den Raum gestellt hat, vielleicht gar nicht so direkt, aber letztendlich die Frage für alle Leser aufgeworfen hat, könnte es nicht sein, dass unser gesamtes Gesellschaftssystem dysfunktional ist? Könnte es nicht sein, dass Rechtsanwälte eben dann am meisten verdienen, wenn sie anstatt eine friedliche Scheidung zu gestalten, den Streit hochkochen, sodass sie am Ende mehr verdienen und die Menschen geschädigt sind? Also die beiden, die sich friedlich und sanft scheiden lassen wollten, dann am Ende die Geschädigten sind? Ja, das spricht ja darauf hin. Genau das ist der Punkt. Und da ist die Antwort, ja, Rechtsanwälte, denen fehlen auch die positiven Anreize, sodass sie, sie werden eben bisher nicht für Gutes tun mit positiven Anreizen stark belohnt, sondern sie werden leider finanziell mit finanziellen Anreizen stark belohnt, wenn sie den Kunden Schaden zufügen. Und das ist überall in der Gesellschaft so, ja. Also sozusagen das Fehlen von positiven Anreizen führt dazu, dass alle Bereiche der Gesellschaft, Rechtsanwaltwesen, Wissenschaft, Journalismus, alle dazu neigen und dahin tendieren und sich dahin evoluieren, uns Schaden zuzufügen. Aber dennoch gab es immer irgendwelche Professoren und Wissenschaftler, von denen man wirklich auch wahre, teilweise wahre Berichte über die Welt erfahren konnte. Also es ist zum Glück nicht so schlimm, dass jedes Wort Unwahrheit ist. Sonst gäbe es ja auch den Weltrat und die Next Scientists for Future nicht als die Wahrheitsinstanz in der Welt. Die einzige aktuelle Wahrheit, komplette Wahrheitsinstanz in der Welt, die gäbe es ja nicht, denn wir stammen ja alle aus der Wissenschaft. Wir haben ja alle unsere Wurzeln in der Wissenschaft, aber eben auch mit dem kritischen Blick, wo ist Wissenschaft Pseudowissenschaft, wo ist Journalismus Unwahrheit, wo ist Wissenschaft Unwahrheit und wo müssen wir gucken, wo ist vielleicht doch Wahrheit und so weiter. Das ist dieser Blick. Ja, und das Stichwort Sektiererisches, das bedeutet ja, wo ist eine Organisation, die behauptet, ja, Selbstbewusstsein ist ja gut und schön. Es gibt aber ein pathologisches Selbstbewusstsein. Zum Beispiel wir, der Next Scientists for Future und Weltrat haben das gesunde Selbstbewusstsein, dass wir schon ziemlich im Moment ziemlich sicher sind, dass wir die Weltspitze der Erkenntnis sind und der einzige grundsätzliche Wahrheitsort der Welt sind. Ja, selbstbewusst. Aber zu diesem Selbstbewusstsein gehört immer, bitte rufen Sie bei uns an und sagen Sie uns, warum wir uns irren und wo wir uns irren und wie die Welt wirklich gesehen werden muss. Das ist gesundes Selbstbewusstsein gepaart mit der Offenheit dafür, ständig neugierig zu sein, wo man sich vielleicht irren könnte, vielleicht total irren könnte, in allem irren könnte und so weiter. Aber was wir erleben ist jetzt gerade gestern bei dieser Weltrettungsorganisation, ist eine Mentalität, die man nur eigentlich als pathologisches Selbstbewusstsein bezeichnen kann. So nach dem Motto, ich habe noch nie wirklich was gelernt, aber die Psychologen haben mir doch eingeredet, weil sie nämlich scheiternde Menschen als Kunden brauchen. Auch da wieder, es fehlen ja auch bei der Psychologie die positiven Anreize. Also neigen Psychologen dazu, die Menschen dahin zu lenken, dass sie sozial scheitern, indem sie sozusagen eine Mentalität bekommen, die ein pathologisches Selbstbewusstsein ist. Und ich glaube, davon sind die ganzen Kinder heutzutage infiziert. Ich habe das ja bei Fridays for Future erlebt, diesen Größenwahnsinn, alles zu wissen, ohne jemals was gelernt zu haben und ohne irgendwas zu können. Das ist dieses pathologische Selbstbewusstsein. Und gestern war das wieder deutlich zu spüren, ja, wir wissen, wie die Welt zu retten ist und begegnen jetzt Weltrat und Next Scientists for Future, haben aber gar kein Interesse zu erfahren, was der Weltrat sagen würde, warum sich diese andere Weltrettungsorganisation zentral irrt und wo ihre Hauptdenkfehler sind und ihre Irrtümer sind und so weiter. Dazu kam noch, dass wahrscheinlich einfach die Leute, dass es gar nicht wirklich wahrscheinlich um die Weltrettung geht, sondern letztendlich darum, dass man gut bezahlte Jobs hat und dass damit alles andere einen überhaupt nicht mehr interessiert und auch gar nicht irgendeine Kurskorrektur von Interesse ist und so weiter. Da sieht man wieder, wie Geld alles verdirbt, sozusagen, ja. Aber das ist das Wesen, dass wir überall Leute haben, die meinen, sie hätten schon ausgelernt, ohne die Offenheit zu haben, ja, aber bitte sagt mir, wo ich vielleicht doch noch nicht ausgelernt habe. Ja, also Weltrat und Next Scientists for Future, ich bin sicher, dass es sich da um die einzige echte Wahrheitsinstanz in der Welt handelt, aber wir, bitte rufen Sie an und erzählen Sie uns, warum wir uns irren und so weiter. Und das ist der Punkt, genau diese Offenheit haben diese pathologisch Selbstbewussten eben alle nicht, sondern die sind wie eine Sekte völlig abgeschnürt, also sozusagen, ich habe es gestern am Beispiel gemacht, die Zeugen Jehovas haben kein, sie haben keine Offenheit, sich erklären zu lassen, warum ihre falsche Sichtweise der Evolutionsbiologie als, also ihre kreationistische Sichtweise sozusagen, warum die Grund falsch ist und ein einziger Irrtum ist. Das wollen die als Sekte gar nicht wissen, ja, sozusagen, und interessiert die gar nicht. Nur ist die mittlerweile die gesamte Gesellschaft so, ja. Und dazu fällt mir noch ein, ja, dass also zum Beispiel so ein bisschen bei Bündnis 21 die Pinken, ach so, hier unten rechts an dem rundlichen Ding, schneller drehen, eben grundsätzlich. Ja, bei Bündnis 21 die Pinken war im letzten langen Telefongespräch so das Problem, ja, dass die Dame so ein bisschen, die Vorsitzende so ein bisschen sympathisierte mit dem, was wir Marktradikalismus nennen würden, oder Professor Achim Truger von den Wirtschaftsweisen Marktradikalismus genannt hat. Verzichten wir also auf dieses Wort, was angeblich nicht stimme, Neoliberalismus, sondern nehmen wir nur das Wort Marktradikalismus. Und ich kenne das ja nur als den Glauben, dass freier Markt positive Ergebnisse hätte. Dabei ist unser Ergebnis, dass freier Markt bedeutet, dass die positiven Anreize fehlen, dass also freier Markt bedeutet, dass Profite gemacht werden können, indem ich die ganze Welt in Tabaksüchtige, Alkoholsüchtige, Süßigkeitensüchtige verwandle. Und dass freier Markt der größte Zerstörer von allem ist, also Markt ganz gefährlich ist und Markt erst dann positiv wird, wenn man starke positive Anreize setzt. Das heißt also, dass man viel Geld bekommt, wenn man Gesundheit fördert und Langlebigkeit und Wohlfühlen fördert und wenn man das gefährdet durch Tabak, Alkohol, Süßigkeiten und so weiter, dass man dadurch dann deutlich weniger verdient. Und dadurch kommt dann eine Evolution zustande, die nicht darauf hinausläuft, Sucht zu erzeugen. Denn das ist ja die entscheidende Erkenntnis der mimetisch-genetischen Evolutionsanalyse-Technik der Next Scientists for Future, nämlich dass dann in den letzten 400.000 Jahren ja eine Evolution entstanden ist, uns alle, also dass sich vorteilbringende Irrtümer ausgebreitet haben, die dann in unseren Köpfen als parasitäre Meme und Killer-Viren des Geistes gewirkt haben, die unser gesamtes Leben unglücklich gemacht haben und zerstört haben, damit wir als unglückliche Menschen mehr Ersatzbefriedigungen brauchen und deswegen mehr Alkohol, Tabak, Zigaretten, Süßigkeiten und alle möglichen Konsumgüter kaufen oder Reisen kaufen oder was auch immer. Das heißt also, die Erzeugung unglücklicher Menschen ist quasi Wirtschaftsziel, sobald wir einen zu freien Markt haben. Also solange wir keine positiven Anreize haben, läuft Markt auf Glückszerstörung, Wohlfühlenszerstörung heraus, um maximale Konsumsucht, Kaufsucht, Shoppingsucht zu erzeugen. Und das ohne Bewusstsein. Das sind nichtbewusste Evolutionsverläufe über Jahrhunderte und Jahrtausende und Jahrzehntausende hinweg, sozusagen. Ja, gut. Und dann war noch ein Gedanke, ich muss mal noch mal kurz sprechen darüber, ist es sinnvoll, den Wählern nicht die wirklichen Ziele anzubieten. Ich muss noch mal darauf erinnern, wenn wir zum Beispiel jetzt, kam das Argument auf, was ist aber, wenn wir den ersten Volksentscheid nach der Wahl, wenn der nicht gleich realisierbar ist, weil die Koalitionspartner nicht mitziehen, weil irgendwie auch die anderen Parteien nicht mitziehen und man dann in einer Koalition ist, aber den Volksentscheid nicht durchkriegt. Dann ist sozusagen der Punkt der, dass es auf keinen Fall sinnvoll ist, deswegen den Volksentscheid mit den fünf unterschiedlichen Vorschlägen für Gesundheitsreform, fünf unterschiedliche Vorschläge für Bildungsreform, fünf unterschiedliche Vorschläge für oder Vorschlagsgruppen sogar, für Reformen, innere Sicherheit und so weiter. Darauf, dass man das will, dass die Wähler selbst konsensieren dürfen, darf man auf keinen Fall verzichten. Denn was passiert, wenn man dann, man kann sicherlich sagen, solange man es noch nicht durchsetzen kann, konsensieren wir mal als Parteimitglieder das runter, nur dann entsteht ja genau das, was wir bei allen Parteien haben, nämlich einen unverdaulichen Mix. Der normale Wähler, der liest ein Parteiprogramm und stellt fest, aha, da finde ich fünf Punkte gut, 15 Punkte schlecht. Bei der nächsten Partei finde ich sechs Punkte gut, 14 schlecht. Bei der nächsten Partei finde ich drei Punkte gut, 17 schlecht. Naja gut, und dann entscheide ich mich halt für die, wo ich, was weiß ich, sieben Punkte gut finde und 13 schlecht. Aber das ist letztendlich ein ganz schlechter Weg. Warum lassen wir nicht die Wähler konsensieren aus den unterschiedlichen Vorschlägen, die in der Welt kassieren, zum Thema Gesundheitsreform, Bildungsreform, Ernährungsreform? Warum machen wir kein funktionierendes, innerbetriebliches Vorschlagswesen, also innerstaatliches Vorschlagswesen? Das ist einfach nur verrückt, finde ich. Also das ist einfach bedeutet, dass alles unsinnig läuft. Und das ist genau der Punkt. Wir haben also einerseits, was haben wir? Wir haben letztendlich als Ursache für das Ganze, die angeblich in den letzten 40.000 Jahren um 150 Milliliter, also fast in ein Bier, um ein Bierglas geschrumpftes, also ich glaube, so ein Kölschglas hat zum Beispiel 200 Milliliter, also 0,2 Liter und um 0,15 Liter, also ein fast gefülltes Bier-Kölschglas, es hat unser Gehirnvolumen angeblich im Durchschnitt abgenommen in den letzten 40.000 Jahren. Also wir werden immer dümmer, wir sind in einem krassen Degenerations- und Regressionsprozess und in einem Dekadenzprozess der gesamten Menschheit, aber auch besonders Deutschlands. Und diese zunehmende Dummheit führt dazu, dass die Menschen dazu neigen, nichts mehr von anderen lernen zu können und zu wollen. Also auch nichts vom Weltrat lernen zu können und zu wollen. Ja, aber ist Dummheit das wirklich alleine, sozusagen, oder ist es nicht auch noch diese durch die Fehlanreize erzeugte, die vorteilbringenden Irrtümer der Psychologenzunft, meiner eigenen Zunft, aus der ich ja selbst herkomme, die sozusagen die Bürger aufgehetzt haben und die Kinder aufgehetzt haben zu diesem pathologischen Selbstbewusstsein. Vielleicht ist es diese mangelnde Intelligenz, gekoppelt mit dem pathologischen Selbstbewusstsein. Ich bin der Größte, Schönste und so weiter und ich will gar nicht wissen, was es für Gegenargumente gegen meine Weltsicht gibt. Da bin ich gar nicht scharf drauf, dass diese Kombination das ist, was die Menschheit verurteilt, sich in einem dauerhaften Schrecken ohne Ende zu befinden. Nämlich wenn mangelnde Intelligenz auch noch gepaart wird mit pathologischem Selbstbewusstsein und damit sozusagen der Satz fehlt, ich wiederhole es nochmal, der den Weltrat kennzeichnet oder die Next Scientists for Future, nämlich gesundes Selbstbewusstsein. Wir denken schon, dass wir die Weltspitze sind und dass wir die einzige echte Wahrheitsinstanz in der Welt sind, aber bitte rufen Sie jetzt gleich an und sagen Sie uns, wo wir uns irren. Bringen Sie gute Argumente, dass vielleicht unser gesamter Ansatz ein einziger Irrtum ist. Erzählen Sie uns, welche Berichterstattungen aus aller Welt Sie kennen, die uns widersprechen. Und ja, also ich kann sagen, ich hoffe, dass es heute weitergeht mit Bündnis 21 Die Pinken. Demnächst werde ich auch die Basis Österreich anrufen für die nächste Konferenz und ich hoffe, dass ich bald höre. Mir wurde versprochen, dass die Partei des Fortschritts sich in Kürze meldet wegen des ersten Talk-Termins. Und ja, aber wir müssen einfach damit leben, dass es sein kann, dass diese zwei Faktoren, die zu diesem sektiererischen Verhalten aller, aller führen. Also ich habe gestern in der Talk-Runde gesagt, der Einzelne ist heute schon eine Sekte und wenn er ein paar Gleichgesinnte hat, dann ist das oft eine Sekte, die überhaupt nicht mehr hören will, wo sie sich selber irrt. Ja, und das ist diese Kombination, mangelnde Intelligenz plus pathologisches Selbstbewusstsein ergeben eine grundsätzlich sektiererische Grundhaltung, die quasi keinerlei Lösung zulässt für die Weltprobleme und die deutschen Probleme. Und das vielleicht noch als Gedanke, wie löst man denn die Weltprobleme? Auf keinen Fall, indem man direkt versucht, die Welt zu retten. Das ist der falsche Weg. Der richtige Weg ist, wir retten Deutschland und dann wird zum Beispiel werden afrikanische Staaten, asiatische Staaten, China, USA, sich bei Next Scientists for Future melden und sagen, bitte können Sie auch uns retten und sanieren. Und so haben wir dann, sanieren wir einen Staat nach dem anderen. Vielleicht ergeben sich sogar Staatengruppen, die sich von uns sanieren lassen und so weiter, wo man das dann in gemeinsamen Online-Konferenzen machen kann. Und dann, wenn jeder Staat ein gesunder Staat ist, dann wird auch die gesamte Erde saniert, ja, weil wir dann auch solche sinnvollen Dinge machen, wie die Meere, alle Meere auf alle Staaten aufteilen, damit dann eben auch alle, jeder Staat für sein, die Sauberkeit seines Meeresteiles sorgt. und dass wir sozusagen auch das Luftmeer sozusagen, dass wir jede Emission außer dem Ausatmen eines Menschen, also auch das Ausatmen von Tieren, also von wegen Viehzucht, ja, Viehzucht und so. Also das alles, was außerhalb des Ausatmens von Menschen ist, wird ganz hoch bepreist. Und das weltweit, in einem weltweiten Emissionshandel, der von den ärmeren Ländern ausgehen muss und den reicheren Ländern sagen muss, wir wollen jetzt keine Climate Justice, wir wollen nicht sozusagen, dass ihr jetzt arm werdet und wir reich werden, indem ihr hohe Preise zahlt und wir niedrige Preise zahlen, sondern wir sehen ein, es hat keinen Sinn, ihr besteht darauf, dass ihr eure Besitztümer und ihr euren Besitzstand wahren wollt. Und wir haben jetzt begriffen, dass wir sozusagen, dass es nur Sinn macht, wenn wir bereit sind, als arme Länder genau die gleichen Preise auf jede Emission zu zahlen, wie die USA, wie China, wie Europa und so weiter, sodass sich dann im wirtschaftlichen Unterschied nichts verschiebt. Diese Koppelung, dieser Versuch sozusagen, die dritte Welt zur ersten Welt machen zu wollen und die erste Welt zur dritten Welt abfallen zu lassen, dieser Versuch, der bis jetzt in allen Emissionsvorstellungen drin steckt, das ist quasi der Versuch, den ich manchmal ja beschreibe damit, das ist der Versuch, der ist so ähnlich, wie wenn wir jetzt hingehen und sagen würden, ja, indigene Völker und so weiter, also liebe Europäer, also liebe 300 Millionen, 500 Millionen, 800 Millionen, 700 Millionen, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, Europäer, die ihr euch zu Unrecht als Eroberer in Nord- und Südamerika befindet, geht mal raus aus dem Kontinent und geht wieder zurück nach Europa, sodass ihr dort eine wahnsinnige Überbevölkerung bekommt, sozusagen, und gebt das Land wieder den paar übrig gebliebenen nordamerikanischen Indianern und südamerikanischen Indios zurück. Das ist so quasi diese Climate Justice Idee, sozusagen, und dann sagen die USA Leute, die Europäer, aber nö, Krieg ist ein legitimes oder war bis vor kurzem und ist auch für uns ein legitimes Mittel und wir haben euch nun mal kriegerisch dezimiert und kaputt gemacht und haben euch das Land geraubt und das ist völlig in Ordnung und wir bestehen auch darauf, dass wir unsere Beute behalten. Und ich glaube, wir kriegen einen, wir kriegen unendlichen Streit, wenn wir das ändern wollen. Lassen wir doch einfach alles, so wie es jetzt ist, versuchen nicht immer die Vergangenheit zu korrigieren, denn wo wollen sie dann anfangen? Da müssen sie 400.000 Jahre zurückgehen, denn alle Fehlentwicklung geht 400.000 Jahre alt und dann müssen sie eigentlich alles in den Zustand von vor 400.000 Jahren zurücksetzen, alles Ungerechte und dann haben sie Menschen nur in Afrika, dann müssen alle Menschen aus aller Welt nach Afrika und sie müssen, wenn sie ganz gerecht sind sozusagen, dann müssen sie den Rest der Welt wieder den Tieren überlassen, wie es vor 400.000 Jahren war und dann müssen alle Menschen, alle acht Milliarden Menschen alle in Afrika zusammengestöppelt werden, denn damals vor 400.000 Jahren gab es keine Menschen außerhalb Afrikas. Also da all diese Eroberungen von Gebieten müsste man ja dann auch rückgängig machen. Also hören wir doch auf mit dieser Idee, sondern frieren die Welt so ein, wie sie ist und lassen alles gleich und machen dann den weltweiten Emissionshandel mit, bei dem die ärmeren Länder sagen, okay, wir zahlen genau den gleichen super hohen Preis für alle Emissionen außer des Ausatmens von Menschen, also auch für alle tierlichen Emissionen und so weiter und damit kriegen wir dann die Weltprobleme in den Griff. Alles andere sind wahrscheinlich grundlegende Irrtümer und Manipulationsversuche oder was auch immer, ja, also sozusagen letztendlich die darauf abzielen, zum Beispiel Europa wirtschaftlich zu ruinieren, indem Europa sich für für die ruiniert, indem es die Emissionen reduziert und dafür die dritte Welt weiter munter Emissionen aussenden kann, sozusagen. Dadurch wird dann Europa arm und die dritte Welt reicher, die Europa ärmer und die dritte Welt reicher und das ist aber etwas, was sich, wo die USA nicht mitspielen wird und China nicht mitspielen wird und so weiter, sondern die werden da Lippenbekenntnisse diesbezüglich machen und haben ja bis jetzt auch nur Lippenbekenntnisse dazu gemacht. Also von daher, also Weltrettung geht nur, indem jetzt jeder Staat sich mit Hilfe des Weltrates und der next scientists for future de erst einmal selber rettet und dann man zu guten Weltübereinkünften kommt und so alles diesem Planeten in Ordnung bringt, vorausgesetzt, der ist überhaupt in Unordnung. Denn dazu würde sich der Weltrat niemals äußern, ob denn die Situation mit dem Klima so bedenklich ist, wie sie geäußert werden. Vielleicht ist es ja so, dass Europa, Nordamerika und China durch den Klimawandel mehr profitieren, als es ihnen bei ihnen Schaden anrichtet. Von daher vielleicht ist es so, dass wirklich dann eben die Länder, bei denen es Schaden anrichtet, doch mal bitte anfangen sollen mit dem Emissionshandel und dann wird man sehen, wie das ist. Ich glaube nicht, dass die Weltstaaten schon alle dafür bereit sind, Rücksicht zu nehmen auf andere Staaten. Ich glaube nicht, dass wir so weit in irgendeiner Weise schon sind. Na gut, muss man mal abwarten. Ja, also so viel zur heutigen kurzen wissenschaftlichen Tagesschau. Tschüssi, bis bald. Ich bin gespannt, haut auf heute Abend, ob es da zu den ersten Gesprächen mit Bündnis 21, die Pinken in Online-Konferenzform kommt. Tschüssi, bis bald.